Wir müssen unbedingt dieses Format verbessern. Sterne ist fest. Irgendetwas müssen wir uns einfallen lassen. Alter Snoopy, steh doch mal auf. Und sag was, was wollen wir hier noch auf Globus TV senden, Alter? Du sensierst ja schon ganz schön viel. Die Frage ist, wenn du schon so viel zu sensieren hast. Digga, was ist mit den Großen? Was ist mit ARD? Was ist mit ZDF? Was ist mit RTL? Alter, wir wollen keine Werbung hier weiter treiben für irgendwelche komischen Sender. Snoopy sagt, lass mich doch mal ein paar Mal hin und her fliegen. Ich unterstütze dich bei deiner Aufgabe. Du sollst einfach Seite für Seite weiterlesen aus diesem wunderbaren Buch. Okay, Snoopy, ich höre auf dich. Weißt du was, Digga? Ich nehme den Rebellionsdrachen. Die Vögel fliegen frei. Die Vögel fliegen frei. Irgendwo liegt das Essen rum. Ganz genau wissen sie das. Kiss my ears, ruft die Nike-Generation. Eiskalt, Wertgenossen, richtet das mal deinen Junker. Digger, lass uns nach Lopetam erst. Dave und Simon G fliegen nach Satoru. Bomber will unbedingt mit Zeiss sprechen. André sagt, in New York wird trainiert. Die Wiesen sind grün genug. Am Ende des Weges finden wir das Land, wo man alles kaufen kann. Die Wiesen sind grün genug. Ein neuer Rasierer muss her. Dann rasieren wir euch weg. Wenn denn... Die lästigen fliegen, Digga. Die fliegen. Zu neis, Digga. Zu neis.